das ist nicht so toll obwohl ihr seid tot so hier rum kurz hier speichern dass ich das alles nicht normal machen muss gibt es wohl mal wieder jubi jubi nein die lied so lp135 so nächster halt nächste haltestation ist wieder der shipwreck beach nicht ignorieren wir immer noch weil du in die andere richtung läufst du läufst nämlich in den tempel rein da kannst du ruhig rein laufen so da ist mein letzter bolzen wieder die ich vorhin vergessen so rüber zum shipwreck beach eigentlich hoffen dass neue schildkröten gespawnt sind das nicht der fall zu sein scheint so jetzt müssen wir nämlich die höhle hier zurück genau diese hier und hier müsste wir noch als secret finden in den hallen der toten alles gut angucken da ist ein knopf gewesen und genau das war nämlich ziemlich komisch als ich mir diese karte angeguckt habe auf dem schiffswrack hat nämlich noch ein ganzes gebiet gefehlt so essen essen ist es gut mehr essen eine mana pflanze du isst mal was sicher ist sicher noch eine bana pflanze eine verschlossene tue die maske und eine healing potion naja und komisch aussehende steingürzen und unser schiffswrack wir sind nämlich genau auf der anderen seite von unserem unserer zelle ist da drüben es wird mal wieder nacht ja ein feld aus steingürzen damit ist das auch abgeschlossen so nächste station wäre erst mal wieder hier raus und zwar und zwar dumm die dumm hier rein da wollen wir nicht lang wir könnten uns jetzt erst einmal die essenz holen gucken ob es schon friedlich ist und zwar hier so was sagen die köpfe eigentlich ja das kennen wir schon du kommst gut voran auf deinem weg zur erleuchtung damit kommt ein großer preis also du musst einen großen preis zahlen du hast immer noch die wahl zurückzukehren umzudrehen dies ist der schreien der balance balance ist die unsichtbare kraft die alles zusammenhält ohne sie könnte das universum nicht existieren ok gib mir die letzte das letzte element essenz der balance sehr schön die statistiken sagen wir haben die letzte essenz gefunden es fehlen noch 5 sequels mal wieder licht machen ok als nächstes kurz unter die brücke gucken ob ich hier drin war ja war ich gut da der leiter so nächste eine station ist hier der bock hier ist nämlich auch noch ein secret dafür nehmen wir am besten den landweg das geht am schnellsten oh au ihr seid mittlerweile zum glück recht harmlos du wiederum nicht oder doch aber du gibst auch essen ich auch wenn das recht yummy ist übrigens scheint das hook set gar nicht zum gar keinen solchen effekt zu haben im gegensatz zum magier set zum beispiel so hier durch hier für zurzeit keine frische rum da hinten fliegen nur ein paar insekten rum die mich bemerkt haben aber schon tot sind so genau da drüben nämlich scheint irgendwas zu sein scheint irgendwas zu sein die sind so schwer zu treffen teilweise die viecher kann ich hier mit einem eiszauber vielleicht aushelfen ja kann ich gut gibt's frieden endlich na komm schon ah ja da unten ist ein teleporter aufgegangen aber erstmal will ich frog oder töten der gibt wirklich essen na komm wow so danke für deine leckere zunge auch wenn das falsch klingt so den stein haben wir auszusehen gegen die viecher geworfen so das ist mein wolzen und das ist ein shamans cloak evasion minus 2 energy plus 20 äh plus 30 naja das ist für einen kampf magier vielleicht gar nicht mal so schlecht da liegen meine steine obwohl es mein bolzen den hätte ich auch gerne wieder das finde ich nicht so toll wo ist mein bolzen hingeflogen ich habe ja schon mal einen haufen bolzen verloren als ich mich in einen gegner reingeportet habe das fand ich damals nicht so lustig hier müsste doch irgendwo ein bolzen rumliegen ich habe nämlich einen auf diesen busch geschossen den habe ich wieder auf gesammelt naja muss es eben ohne den bolzen gehen naja zur not habe ich immer noch den kurkornbogen mit dem ich zaubern kann also forgotten river abgeschlossen das ist ein kill breach bock ich kann da rüber zum portal in die lexus aber nicht wieder den fehler machen darunter zu fallen so so ich will einfach hier rein ein paar sachen ablegen die notiz brauchen wir auch nicht mehr die weiner's club du trägst ein die weiner's club jub mit tenet die hat man's club kann man's club den brauchen wir nicht mehr den brauchen wir nicht mehr was war das nochmal ach leider lightning bow so nächste haltestation ist der hamlet auf storm breach hier sollte ich ach so das waren die klingen da hinten hier habe ich nämlich auch irgendwas übersehen oder doch nicht hm wahrscheinlich doch nicht oder hier sollte nämlich irgendwas im wasser liegen tut es jedoch nicht tut es jedoch nicht nein hier liegt nichts im wasser dann habe ich das vielleicht auch schon aufgehoben ja gut möglich das heißt das ist auch erledigt nächste station sind die ruins of desert room also die hier dort müsste auch noch irgendwo was versteckt sein hier glaube ich hier sieht man da ja auch die wand oder ja das müsste da glaube ich gewesen sein müssen wir uns da nochmal etwas genauer umschauen das sind ja die winds of desert room ja genau wie kommen wir da nur am besten hin von hier aus Bis zum nächsten Mal.